Therapiehund soll Henrik und Clarissa helfen? Nee. Das hat sie schon erledigt. Da wird nix mehr helfen. Da wird einfach nix mehr helfen. Die einzige Hilfe, die man den beiden geben kann, ist die Babyklappe. Was anderes geht nicht mehr. Da wird auch kein Therapiehund mehr helfen. Da wird auch kein Therapeut mehr helfen. Die Babyklappe ist die einzige Möglichkeit. Also, was wollt ihr von uns? Ich weiß es doch selber nicht. Euer Vater hat das inszeniert. Liebe Familie. Liebe. Danke, dass ihr kurze Zeit gefunden habt. Eigentlich habe ich keine Zeit. Liebe, ich bin auch mit dir zusammenarbeitet und eine Million auf dem Kondor. Ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Hardstyle-Song. Ich bin die Lies-Sängerin. Wollt ihr mal hören? Nee. Doch, Britta. Nein, 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 nein. Mir ist eh schon schlecht, Norbert. Lasst doch mal hören, Kinder. Ja, noch kein Text. Aber Beat und Melodie stehen soweit. Achtung. Oh Gott. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor. Das machen eure Kinder. Und du denkst ja als Mutter oder Vater. Ich habe alles falsch gemacht. Ja, ja. Ihr macht das super. Ihr macht das super. Ihr macht das echt super. Und im Gedanken so. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe alles wirklich alles falsch gemacht. Ich wollte, dass meine Kinder meinen Traum leben, dem ich nie gelebt habe. Und die können es wieder nicht. Naja, abgeben. Neue Kinder. Ich kriege langsam Migräne. Ja, toll. Henning und Clarissa oder Britta. Klasse, ne? Was wollt ihr denn jetzt von uns? Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ihr fahrt eine Woche in Urlaub und wir dürfen... Ihr, meine Kinder, haltet euch fest. Werdet für die nächsten 10 Jahre Outdoor leben. Ihr werdet survivalen. Die nächsten 10 Jahre. Ihr dürft keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Wir werden in den 10 Jahren schnell umziehen. Und ihr werdet in den nächsten 10 Jahren Outdoor leben können. Super, ne? Fängt heute an. Eure Koffer sind gepackt. Eure Sachen wurden schon weggeschmissen. Haut rein. Wir alleine bleiben? Nein. Du hast eine andere kennengelernt. Nein. Ach man. Ihr wisst ja, es ist nicht immer einfach zwischen uns. Weil Clarissa eine Zicke ist. Gar nicht. Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, nicht wahr, Britta? Nein. Vor allem aber Clarissa. Auf jeden Fall habe ich euch sehr, sehr lieb und deswegen eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Die Scheidungspapiere, ja Gott sei Dank, wir sind gleich wieder da. Lass dir Zeit so, 20, 30 Jahre. Was will der Mama? Ich habe keine Ahnung. Egal was es ist, ich finde es jetzt so scheiße. Guck mal, wen ich hier habe. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist Paula. Hallo Paula. Britta, guck doch mal. Ja schade, ein Schwein hätten wir abends wenigstens noch essen können. Ist es jetzt unser Hund? Ja, das ist unser neuer Hund. Theoretisch, ne? Also, ne? Theoretisch gesehen. Theoretisch könnte man, ne? Pfanne legen und ab geht's, ne? Theoretisch, ne? Meiner nicht, dass man es machen muss, ne? Ist es kein Schwein, ich weiß, aber kann man ja machen. Neues Familienmitglied. Danke Papa, du bist der Beste. Ach, 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 ich ja. Wie soll es denn zu uns sehen? Für das neue Familienmitglied, das Platz braucht, muss leider eure Mutter. Mutter ausziehen. Schade, aber so ist es. Weil ich euch nie habe. Die Sex ist einfach so ohne Hintergedanken. Absolut ohne Hintergedanken, Clarissa. Paula ist ein Therapiehund. Sie hilft gestörten Kindern. Die Krankenkasse hat das alles bezahlt. Der Hund merkt auch, welches Kind die größte Störung hat. Paula stürzt sich dann regelrecht. Was ist aber, wenn es die Paula sich auf den Vater stürzt? Also bei mir wäre es so. Paula würde mich überall hinbegleiten, mich angreifen. Dann wäre ich alles klar. Ich habe die größte Störung, ne? Aber nee, ich bin die der Gestörte. Ich bin der Normale und die anderen sind gestört. Auf die Kinder. Paula lief mich. Paula lief mich. Norbert, hast du einen Arsch auf? Was, äh, was, äh... Was soll das? Freust du dich nicht, Britta? Ich hätte mich mehr gefreut, wenn du mir eine geile 20-Jährige als deine neue Freundin vorgestellt hättest. Das ist so, ich, äh... Ähm, ich wollte mal was fragen. Und, äh, coolen Hund. Das ist, äh, Paula, sie gehört jetzt genau wie du, Hannah zur Familie Fützenreit haben. Äh, ich hatte auch mal einen Hund. Toll, äh, wie hieß der? Hund. Äh... Wir hatten voll die enge Connection. Ich habe sogar ein Tattoo von ihm. Deswegen liebe ich Hannah, du bist so ein emotionaler Mensch. Voll emotional. Boah, scheiße, jetzt muss ich wieder heulen. Oh Gott, bitte nicht. Äh... 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 Was, äh, was hat sie? Sie weint! Sie ist das denn nicht! Äh... 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 Gut, so ein Hund bringt ja auch einiges an Verantwortung mit sich, nicht wahr, Kinder? Der Köter wird hier nicht bleiben, Norbert. Britta, ich, äh... Auf keinen Fall. Britta, das ist ein Therapiehund. Er wird dafür sorgen, dass die Kinder, ähm... Nicht mehr so dumm wie Schönen sind, meinst du? Genau, ich, also, ja, genau. Na gut. Aber sag es ihnen bitte nicht. Paula ist ja ein Therapiehund, ne? Manchmal ist meine Frau wirklich eine blöde F***er. Ich mache sie nicht. Ich mache sie nicht. Wie? Ihr Therapiehund? Ihr zwei seid ja gestört, ne? Äh... Und deswegen der Therapiehund, damit ihr zwei ein bisschen mehr auf euer Leben klarkommt. Ist mir egal. Paula liebt mich. Therapiehunde stürzen sich auch immer auf die gestörtesten, ne? Britta! Ist doch so, Norbert. Auf! Wisst ihr, wieso ich hier keinen Therapiehund im Haus habe? Ich könnte nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht mehr schlafen. Der würde sich die ganze Zeit auf mich legen. Ne, was soll ich denn sagen, wenn eine Frau schon nach Hause kommt? Was macht denn der Hund auf dir? Ne, das ist ein Therapiehund. Das macht der so. Ja, das würde mir doch keiner glauben. Würde mir doch kein Schwein glauben. Meine Frau würde an den Tag noch ausziehen und alles hier mitnehmen, ne? Tja. Du glaubst keinen Ehevertrag und du glaubst keinen Ehe, du. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass dieser Hund mehr Harmonie in unsere Familie bringen wird. Hm? Hm. Und Hamburg steigt in die erste Liga auf, Norbert. Ich bin ja auch schon viel entspanser. Ich merke das schon. Ich wusste es. Paula hat eine richtig tolle Aura. Ich gehe mal mit ihr spazieren. Ne, ich will erst. Ich bin gestörter, ich brauche das Meer. Ich bin auch gestört. Nicht so wie ich. Kinder, 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 bitte. Ihr seid beide gestört. Ihr seid beide gestört. Aber Paula spürt das, ich habe einen Vollschaden. Ich habe einen. Ich bin aber dümmer. Ne, ich bin dümmer. Kinder. Ich bin hairstyle, ich habe keine Gehirnzellen. Ich kann doch nicht mit 18. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind dann, ähm, ne, eure, eure, eure Kinder, ne. Das sind dann eure Kinder, ne. Scheiße. Ne, jetzt weiß ich, wieso mich meine Eltern schnell loswerden wollten. Ich, 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 ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Feicht. Okay, du brauchst nicht mehr als ich. Meine, meine Sorge ist so ein bisschen, der Therapiehund braucht einen Therapiehund. Definitiv. Der wird selber irgendwann eine Therapie brauchen. Der wird das einen Tag da aushalten und danach ist er fertig. Dann packt er die Koffer, dann sehen die den früh mit dem Koffer packen und dann ist der raus. Dann sagt er hier, ich, sorry, aber ich habe es versucht. Ich kann mit euch nicht zusammenleben. Ihr seid mir ja alle zugestört. Einer, einer schlimmer als der andere. Ich packe meine Koffer. Ich werde wieder ins Tierheim gehen und ich werde gucken, dass ich wieder von einer anderen Familie genommen werde. Aber nicht bei euch. Ihr seid mir hier zu gestört. Alle schon wohlgefallen. Stand in der Bild. Und Bild ist meine absolute vertrauenswürdige Lieblingsquelle. Quelle auch. Also auf Quelle zum Beispiel, Quelle.de. Gibt es ja leider nicht mehr, aber da habe ich damals auch noch meine Quellen rausgesucht. Wenn ich dann gefragt wurde, woher ist meine Quellen? Ja, auf Quelle.de. Da habe ich mal die Quellen rausgesucht. Ja, okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt so die Nahe-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watch-Time da, lasst eure getragenen Unterhosen da, lasst eure Tare-Bihunde da. Und ich hoffe, es ist jetzt auf dem nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.